Moin dir Leiva! Heute lesen Sie ein Buch um Chantier, geschrieben von Oter Baron Barton von der Edition Ecole Loisir, Frankreich. Hey, Junge! Komm, wir fangen nur mal zu schaffen! Wir zerstören das Geweil. Wir entwurzeln diese Bar mit dem Bulldozer. Wir buddeln das Stroh mit dem Motto Pick und dem Hummer. Wir lüten diese Kamian mit großen Sten. Annelo, entlüten wir das Kiesel-Sten als Sten. Was du nicht auch hungrig ist, lüge ich mit dem Motto schüße. Dann machen wir ein großes Lach. Annelo, mischen wir den Zement. Annelo, mischen wir das Kiesel-Stand. Wir hier, wenn das ein Pottor aufbauen, abbauen das Großgeweil. Wir bauen das Strohs. Gut, wir machen Maschinen aus. Komm, wir gehen heim. Nur fängt da bis nächst um. Gut, nur stehle, Eva. Okay.